Welche Anfechtungsgründe für eine Betriebsratswahl gibt es? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstle. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Eine Betriebsratswahl kann angefochten werden. Eine Voraussetzung dafür ist, dass es mindestens einen oder mehrere Anfechtungsgründe gibt. Anfechtungsgründe gibt es nun extrem viele. Die wichtigsten aber sind... Der Wahlvorstand wird auf einer Betriebsversammlung gewählt, obwohl eigentlich der Betriebsrat den Wahlvorstand hätte bestellen müssen. Beschluss des Wahlvorstands in einem Betrieb mit 101 bis 200 wahlberechtigten Arbeitnehmern die Wahl im vereinfachten Wahlverfahren durchzuführen, ohne dass dies mit dem Arbeitgeber zuvor vereinbart worden wäre. Nicht Einhaltung von Fristen der Wahlordnung, wenn es um die Einreichung von Wahlverschlägen geht. Eine Wählerliste existiert nicht. Das Wahlausschreiben wurde nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht. Die Zahl der Mindestsitze für das Geschlecht in der Minderheit wurde unrichtig angegeben. Ausländische Arbeitnehmer wurden nicht ordnungsgemäß unterrichtet. Nicht Einhaltung der im Wahlausschreiben angegebenen Zeiten der Stimmabgabe. Fehlende Angabe im Wahlausschreiben, wo sich die Wahllokale befinden. Die Nachfrist für die Einreichung von Wahlverschlägen ist zu kurz. Der Wahlvorstand hat den Betriebsbegriff verkannt. Das Wahlgeheimnis wurde verletzt. Die Auslosung der Reihenfolge der Vorschlagslisten ist unterblieben. Zurückweisung eines eigentlich ordnungsgemäßen Wahlverschlags wegen nicht stichhaltiger Bedenken des Wahlvorstands. Generelle Zulassung der Briefwahl, ohne dass die Voraussetzungen dafür laut §24 der Wahlordnung gegeben sind. Der Wahlvorstand lässt eigentlich wahlberechtigte Arbeitnehmer nicht zur Wahl zu. Der Wahlvorstand lässt eigentlich nicht wahlberechtigte Arbeitnehmer zur Wahl zu. Wie gesagt, das ist nur eine Auswahl von Anfechtungsgründen. Andere sind denkbar. Wichtig bei all dem ist aber eins. Ein Anfechtungsgrund allein führt noch nicht zu einer erfolgreichen Anfechtung der Betriebsratswahl. Dazu braucht es mehr. Und deshalb dazu auch in einem anderen Video mehr. Doch eine wichtige Botschaft habe ich noch für dich. Denn von diesem ganzen Strauß an möglichen Anfechtungsgründen schließt der Gesetzgeber mit §19 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz nun zwei aus bzw. erschwert deren Geltendmachung. Erstens. Sollte es so sein, dass wahlberechtigte Arbeitnehmer die Wahl mit dem Argument gerichtlich anfechten, die Wählerliste sei unrichtig, dann können Sie das nur tun, wenn Sie zuvor auch beim Wahlvorstand ordnungsgemäß Einspruch gegen die Richtigkeit der Wahl eingelegt haben. Wo also kein vorheriger Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste, dort insoweit kein erfolgreiches Anfechtungsverfahren. Zweitens. Sollte es so sein, dass der Arbeitgeber die Wahl mit dem Argument gerichtlich anfecht, die Wählerliste sei unrichtig, dann kann er das nur tun, wenn diese Unrichtigkeit nicht von ihm stammt. Denn er ist es ja, der letztlich die Daten an den Wahlvorstand zu liefern hat, aus denen der Wahlvorstand die Wählerliste macht. Der Arbeitgeber soll also aus seinem eigenen falschen Tun nicht auch noch einen Vorteil ziehen können. Das wäre falsch. Mein Name ist Dr. Matthias Verstel und wenn Sie wollen, dass Ihre Betriebsratswahl nicht anfechtbar wird, dann abonnieren Sie doch kostenfrei diesen Kanal.